so zusammen sind wir wieder im alten ring mit kira der killer biene jetzt habe ich hier noch ein bisschen was gekauft und jetzt könnte man doch mal gucken schaffen wir den jetzt da draußen den herrn da auf dem pferd ich bin nicht sicher dann bin ich mir nie sicher aber wir haben ja unser hilfsmittel probieren er geht zurück genau neugierig und jetzt wird er zurückgeworden was nur ich weiß nicht was er macht ja auch nur wo das war aber auch du scheiße war das aber knapp war das also ja das wäre beinahe in die hose gegangen in die unterhose erst und dann ins aller naja ui 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 schade war schon nicht mit schlechten aber ein bisschen mehr lebenspunkte wäre schon gut gewesen oder hätte ich doch gut oder war hier steht noch darüber lassen stehen warum man jetzt könnte man theoretisch viele gehen doch gerne neue zum market ohne kette ich gehe gerne mit kette dazu müsste man allerdings immer noch kurz die nordseite vom agilsee machen wieder licht wie immer dieser heller tag aber okay und dann reiten wir mal das stiegeln der nun bezahlt das lust aber wo ist denn der abgang und da war doch irgendwo ganz schön da kann man ein bisschen ausreiten aber es dauert nicht mehr lange da hinten sind schon die erste regenwolke auf und gibt es schon wieder regen so jetzt warten wir auf nervös denn schlimme finger ok das hat geklappt jura hat gar nicht herkommen müssen und freut mich natürlich auch da kann man sich dahinter noch ein bisschen ausruhe oder gehen wir in die trübflüssöhle und besuchen noch patches ein alter halunga ja pass auf dass ich die falle irgendwo gell da kann man stolpert reden du musst mit der wach mit der schwere tat so genau das bitter ist er schon da ja da ist schon da erwartet auf die der kommt erst von die kiste ja ich weet man 1 1 2 8 7 9 10 Lud ja du pappelst immer so dumm, das ist es genau, das ist es so von hier aus geht es gleich weiter zurück zur tafelrundweste geben wir die perle ab, die klangvolle bei den jungen damen hinten im eck, den anglerinnen ein fischerrinne, achso eine hock da, ja los in hunger da hat die schwarzwache, da gibt es nicht viel wir haben hier getötet genau, haben wir sogar noch was gewollt, was ist denn das da achso, gnadenimitag, oh guldener federtierfuß werde dann auch überlegungen werden, ob man das nicht mitnehmen kann wenn man sich da jetzt noch ein paar runen neu schießt so, ladies, auf geht's so, dann würde ich es auch tun, guck mal hier ist er der tote könig der lebt auch noch, ja nicht mehr lang man wünscht noch irgendwas, wo man jetzt vielleicht erlebt, ach du machst schon wieder zu weit du hast schon wieder zu arg die scheiße gemacht ja ohne den typ, ah nee, der hat keinen Bock wir gehen zum market und dann gehen wir weiter wo ist denn Davao, ist der der Helm? ja, der ist immer der Helm vor dem großen herauf zu singen und die laufen durch den ganzen Tag auf und ab gucken sie dann noch, was machst du ja weiter außer rum so, das sind wir ja der gleich kommt hinterher ah nee, der hat sich verlaufen jetzt weiß er nicht, was er machen soll wow hat auch gekotzt das Schwert und wir also schon mal drauf neu fallen mal kurz das Rad machen, das mal wieder alles aufgefüllt hin bekommen aufgefüllt aufgefüllt so wala dann wollen wir mal gucken ok ich schon in der tweede Vater so wow ok, hat funktioniert haben wir noch so einen schönen Talismanbeutel gekriegt und da ist ein Leuchtfeuer so jetzt brauche ich mir doch noch ein offenes Tor ein offenes Ohr und ein offenes Tor wenn es nicht so ist aufgefüllt aber schau mal was das ist diese das die aufgeführt die 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 Ja das habe ich gewiss, dass das nicht klappt. So Junge, jetzt ist dein Ende naht. So, das ist erledigt. Okay, wieviel Uhr ist denn jetzt? Gerade bis zum Morgen. Was haben wir denn mit da? Geh auf mich da. So, dann würde ich sagen, aufgestiegen sind wir. Jawohl, dann gehen wir da, machen wir unser Ding da neu und hoffen, dass es gleich klappt. Weil das wird jetzt nicht ohne. Wir haben nicht so viel Leben. Jo, das wird genau an dem Ding, da bleibe ich immer hängen. Oh je, scheiße. Wink, komm. Oh fuck you, du. Hey du Flachwixer. Schnell, hol das Leuchtfeuer. Achtung, komm gleich. Mann, der dich, weil du bist, ich war ja oben, gell, Gretl. Deswegen holen wir uns das Leuchtfeuer und da vorne den, äh, das war das Flitzdrachentalisman, gell. Dann haben wir das nämlich schon. So, auf geht's. Ähm. Ja, jetzt halber mal das Ding neu. Jetzt haben sie das gepatcht oder was? Bis jetzt, ich komm doch nicht mehr vorbei, ja. Ja, super. Ich weiß nicht, was da los ist. Bis jetzt hat das immer geklappt. Jo. Boom. No, jetzt aber durch schon. Ah fuck, du Wichser, du. Ich mach dich alle. Warte mal. Okay, das lief nicht so gut. Jetzt machen wir das ganz anders. Jetzt laufen wir da nicht durch, sondern... So, Männer, auf geht's. Wieser. Okay, Männer, super. Weiter geht's. Da ist der nächste. Hat der hier auch einen Ender-Dunkelschmied dran gehabt? Das hab ich gar nicht mehr gebissen. Was ist? Hey, was ist denn? So, das ist unsern, ich wollte grad sagen. Ich hab die Brenner mal ab. Oh, das geht, ne? Der quäle sich da ab. Hört der auf? Einricht, Paulus hat das nicht gefallen. Noch einer da, so ein Lumpy. So, Männer, auf geht's. Wir müssen da weiter, ich muss da durchkommen. Kommen die noch mit, ja? Ja, ne? Nee, scheiße. Ja, klasse. Boah! Nicht, wie ich das Ding mache. Danke. Schnell weiter. Kommt, da kommt gleich einer her. Das macht nix. Dann schaffst du. Da hinten liegt ein Schmiedestein, ein Zwerer. Ja, jetzt lassen wir mich mit einer Zwerer Schmiedestein in Ruhe. Ich brauch die nicht jetzt. So, dann rasten wir kurz. Und dann laufen wir los wieder. holen uns dann auch zu. Das ist ja ja da. Kann man gefahrlos also rumfahren. Rum, rum. Ja, genau. Wie krampfhaft das, wie sie krampfhaft das Schwert hält, hä? Ja? Ja, die willst du nicht mehr hergeben. Ja. Warte mal, soll man uns noch einen Topf holen? Nee, ich brauch nicht. Obwohl. Ich meine, wenn wir schon da sind. So, das Leuchtfeuer. Die Gnade. Und Gott weg ist nicht so, nicht so, kein zu tun. Einfache Gegner für mich. Deswegen würde ich sagen, ähm, ich hol trotzdem ne Filet. Oh, er geht wieder seitlich. Das ist so wie das übergelobener jetzt. Das ist so wie das übergelobener jetzt. Da hat die Zeit gelassen. Ja, schon oft. Flamingo. Nein, der Fresser. Ja. 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 Okay. Ja, das reicht dann. Be proud. Okay. Ja. 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 Das kann normalerweise nicht auffällig sein. Oder nicht so auffällig. Muss man mal gucken. Ja. 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 Ach so. Ich habe gar nicht mehr. Oh je. Ich hab noch nix mehr. Jetzt zieh ich zu, weißt ja nicht, oder? Okay, jetzt langsam. Trinken wir was. Zwischendurch. Achtung, Achtung. Er kommt, oder was macht er? Ich weiß ja auch nicht, was hat er vor. Okay. So, die Rune haben wir, was gibt's? Nicht 10000, ah, okay. Machen wir das Feuerlein auch. So. Und jetzt, wenn man noch will, kann man... Hat's der vielleicht auch noch dran am Feuerlein? Und dann, äh... Ein Beispiel. Jetzt, also was ich immer gern mach dann. Wir haben ja dann auf der Halbinsel das Mausoleum beim Händler schon gelegt. Dahinter irgendwo, da, in dem Bereich. Und dann, äh, gebe ich die Rune ab. Dann haben wir 40.000, dann können wir wieder ein bisschen aufsteigen und so, ne? Okay, dann würde ich sagen, ich mach erstmal einen Cut. Und, äh, das, was ich dann schon aufgenommen hab, das lade ich dann hoch. Ich hab jetzt aber nur die leichten Busse gemacht, ne? Also nicht, dass jetzt einer meint, dass da jeder Hanswurst kommt. Das kommen ja nur die einfache Busse. Und, ja, und dann, äh, sehen wir weiter. Okay, dann macht's bis dann. Okay, dann geht's bis dann. Okay, dann geht's bis dann. Okay, dann geht's bis dann.